Was machst denn du da? Hä? Jetzt schalt den, wenn ich den Staubsauger aus, ich verstehe ja kein Wort. Warte mal, ich schalt den Staubsauger aus, weil ich verstehe kein Wort. Was ist denn? Was machst denn du da? Ich habe mir vorgenommen, dass ich einmal in der Woche die Car-Jobsaug. Aber nicht, wenn ich drauf sitze. Da komme ich ja nie dazu. Haha, sehr witzig. Und, was hast denn du für Vorsätze vorgenommen fürs neue Jahr? Hä? Obst du dir auch was vorgenommen hast fürs neue Jahr? Ja, habe ich. Was denn? Ich habe mir vorgenommen, dass ich keine einzige Zigaretten brauche. Das ist aber kein guter Vorsatz. Ach so, nicht. Aber dem Franzi habt es geglaubt, wie er gesagt hat, ihr rührt keine Zigaretten mehr an. Ja, der Franzi, der hat ja 20 Jahre geraucht. Aber du, du hast ja noch nie geraucht. Na und? Ach geh, das wäre ja dasselbe, als wenn ich sage, ich habe mir vorgenommen, dass ich das ganze Jahr keinen Sex mehr mit dem George Clooney habe. Ach geh, das ist ja ganz was anderes. Ja, warum denn? Ja, du hast ja viel was Besseres. Du hast ja mich. Haha, mein George Clooney. Ja, mein George Clooney. Ja, mein George Clooney. Ja, mein George Clooney. Was ist denn? Ja, was machst denn du da? Ja, ich habe mir vorgenommen, dass ich einmal im Jahr die Kautschock mache. Mit mir, die Kautschock. Ja. Das ist ein guter Vorsatz. Erzähl nur mal Stift. Nein, komm doch mal her. Vielen Dank.